Marie, Freddy, Nessie und Louis sind vier kleine Dinosaurier, die gemeinsam im wunderschönen Feuertal aufgewachsen sind. Wie immer treffen sie sich an einem sonnigen Tag am See, um dort herumzutollen und zu spielen. Doch plötzlich bebt die Erde und der Himmel wird ganz schwarz. Oh je, die Vulkane brechen aus, alle auf einmal. SOS Dino ist ein Spiel für ein bis vier mutige Dino-Retter ab sieben Jahren und dauert ungefähr 25 Minuten. Nur gemeinsam könnt ihr die Dinos und die Dino-Eier, die hier auf der Wiese herumliegen, in Sicherheit bringen. Teamwork ist also angesagt. Im Beutel befinden sich Gefahrenplättchen. In jeder Runde zieht einer von euch eines davon und platziert es auf der Wiese von Feuertal. Das können Lavaströme sein, aber auch Meteoriten können einschlagen. Auf jedem Plättchen findet ihr auch eine Aktion. So habt ihr die Möglichkeit, die Dinos zu bewegen. Aber es kann auch sein, dass euch das Pech verfolgt und ihr noch eine Gefahr aus dem Beutel ziehen müsst. Oh je. Die Lavaströme werden sich bald schon über das ganze Spielfeld erstrecken und es den Dinos schwerer machen, auf die Berge zu fliehen. Nur dort sind sie in Sicherheit. Vergesst nicht auch die Dino-Eier einzusammeln, denn nur dann könnt ihr das Spiel gewinnen. SOS Dino sieht wirklich super klasse aus und erfordert eine gute gemeinsame Planung. Da kommt man leicht ins Schwitzen bei der Dino-Rettung. Puh. Viel Spaß bei SOS Dino. Eure Kaddi.